Und was hat mit der anderen nicht gestimmt? Sie war jemandem ähnlich, den ich momentan nicht besonders leiden kann. Und wem? Mir. Oh. Weißt du, was mein Problem ist? Willst du es alphabetisch geordnet? Ich bin zu schwach. Frauen stehen auf starke Männer. Wie Superman zum Beispiel. Starke Männer? Au! Das tut weh! Starke Männer. Starke Männer. Pasha! Aus! Hi! Hi! Bier! Und für dich? Das Übliche. Entdoppelten Vodka also. Schöner Hund. Ja, danke. Ja, ich hab mir auch mal überlegt, so einen Rottweiler zu holen. Du? Ach, wieso hast du es dann nicht gemacht? Ach, weißt du, mein Leben ist zu krass. Okay. Wieso? Wieso? Wieso nur erzähl ich immer so'n Bullshit? Na dann. Auf uns. Oh, nee, bitte nicht. Er mag keine Fremden. Ja. So wie ich auch. Ach, ehrlich? Ja, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Süß. Magst du noch ne Runde bestellen? Dann geh ich nochmal schnell pinkeln. Alles klar. Sitz! Ist sie immer so zu dir? Andauernd. Die Frau ist die Hölle. Sag mal, weißt du, ob man eine Kastration rückgängig machen kann? Ich glaube nicht. Ah, okay. Hey, wie heißt du? Tim. Pasha. Freut mich. Danke, Tim. Ich glaub, ich mag dich. Hey, hier ein Tipp. Lauf weg, solange du noch kannst. Mich hat sie schon entmannt und im Gegensatz zu dir bin ich ein Rottweiler. Okay, Pasha. Guter Junge. Wo ist er denn hin? Er ist gegangen, sorry. Oh. Alles okay? Weißt du, irgendwie hab ich kein Händchen dafür. Ich vergraul sie immer. Komm ich echt so krass rüber? Ich find nicht. Ach. Fuck it. Danke. Dann war er eben nicht der Richtige. Ganz genau. Vertrau mir, ich kenn den Typen ein bisschen. Der ist überhaupt nicht so. Eigentlich ist er eher ein... Ein Sensibelchen, meinste? Genau. Na, das hab ich mir schon gedacht, als ich reingekommen bin und ihn gesehen hab. Ich wollt trotzdem wissen, wie lange er's durchziehen kann, den Harten zu spielen. Ja, Pasha, du bist und bleibst der einzige Mann, dem ich vertrauen kann. Sag mal, hat er eigentlich seinen Fusel bezahlt? Geht aufs Haus. Ne, 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 ne. Das machen wir nicht. Das übernehme ich schon. Ähm, das war ja auch irgendwie witzig, wie er beim Trinken fast angefangen hat zu heulen. Ja, ja. Ich würd mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Das mach ich vielleicht. Okay. Na los, Pasha. Dann gehen wir mal nach Hause. Behalt den Rest. Dankeschön. Hände weg von meinem Frauchen. Ciao. Ich hätt nicht auf diesen Scheißhund hören sollen. Sei doch einfach mal du selbst. Ich hasse Wodka. Ich mach den Kamillentee. Vergiss es, Tim. Sie hat sich versetzt. Bist du immer pünktlich? War auch schön, dich kennengelernt zu haben. Was ist das, was ich mich nicht. Also vielleicht auch. Du willst, wie ich mich nicht. Es gibt am besten auch Equаю. Ich bin jedes Mal, die du bist jetzt. Ich kann mir jetzt verschwindet. Und du bist alles mal. Du bist immer noch.